Und dann vor der Frauennationalmannschaft zu sein, was ich so objektiv erweist, was ich auch nicht geglaubt habe, ist natürlich eine ganz, ganz große Ehre. Und das bedeutet dem Verein auch wahnsinnig viel, das weiß ich. Und das bedeutet, dass Sie mit dem idealen Fokus standen. Aber natürlich ist es für mich mit Ihren Kollegen. Ja, das fand ich auch komplett gut.